So, weiter geht's im Takti hier. Ich will schauen ob wir den Jedi finden. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Oh. Dieser ganze Schrottplatz hier, das ist ja ein Irrgarten. Wir gehen einfach weit. Oh nein. Säure Regen. Oh mein Gott. So. 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 Wooh. Oh. 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 Wir müssen da hoch Okay, dann müssen wir jetzt so ein Ding Also wir müssen die Ass versiegen, sonst Habe ich schon keine Wurr Oh shit Ach die können wir gar nicht weg Wir doch kommen Das war's, oder? Kümmern wir uns mal um das Hauptgeschäft Nein! Nein! Oh mein Gott, wir kriegen ein Problem Ich muss da oben rein Gut, sehr gut Gut, sehr gut Nein! Schon wieder der falsche Knopf Auf jetzt mal Zack und los geht's Ich grill dich So Die Scanner empfangen keine Energiesignaturen von diesen Rutsch Es ist alles, dass sie angetrieben wurden Macht Nein! Jetzt falle ich da runter Mann! Das kann doch nicht wahr sein Oh, servus Ich dring von der Macht Okay, hinten geht's auch nicht weiter erschöchene Schüttchen 확elt Was ist das denn? die unteren bereiche des blokadebrechers wenn ich hier draus springen kann ich nicht man kann nicht raus springen okay sehr ärgerlich macht durch die unteren bereiche des blokadebrechers vor was ist der blokadebrechern was soll das sein hier oben waren wir da schon hier oben waren wir da oben ist eine plattform wir könnten höchstens versuchen hier oben zu gehen sind wir hier oben da geht es nicht weiter unteren bereich des blokadebrechers was bricht hier meine blockade so habe ich jetzt ruhe danke könnte könnte kann man was mit der macht bewegen können wir nicht giftige säure wissen wir darüber oder nicht oder wie das ist auch nicht da sind wir durch hier sind wir durch und da sind wir durch hier so das ist jetzt für ein geräusch was hier passiert so so mission c denn und wenn nicht der karte zerstörer stoßen riesigen hyperantrieb vor ja das weiß ich doch aber wo müssen wir lang hier ein riesigen blokadebrecher hier geht es auch nicht weiter irgendwas müssen wir machen ah guck mal und schon geht es weiter so da wollen wir schauen ja das kompliziert wenn die maps nicht beschrieben werden das da noch so verwinkelt ist wie da die verbrennertropen werden in der ersten linie auf unterjochten planeten eingesetzt und dort die vernichtung drücke auf auf um die aktionskamera zu aktivieren ja so die 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 generatoren des plünderen lagers die generatoren des plünderen lagers immer mal locker bleiben die die gy die 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 Booyaka! So. So. More ends? So. Das war's. Das war ja jetzt mal nix. Irgendwas muss da dagegen fliegen. Irgendwas? Schaden gesteigert. Dann, let's go! So. I.I.I.U. Fuck. fahrt ich gehe erst mal hier durch okay hier geht's schon mal nach unten vielleicht können wir den generator zerstören indem wir irgendwas abschalten vielleicht will ich schicke gerade abschalten damit wir hier durchkommen wie ist er denn jetzt umgefangen oh shit ich kann Boah, er hat gar kein Leben mehr. Wie geht das? Und wenn ich gerade einen Tee-Fighter gehöre, ich will nicht hier also runterfallen. Du gehst mir auf die Eier. Fuck yourself, mach's gut. Gut, das hier kann man schieben, aber warum kann man das schieben? Können wir was anderes aktivieren? Gut, das war number one. So, dann können wir jetzt wieder da hoch. Oh ja, oh ja, oder nicht? Hier haben wir den Generator zerstört. Hier geht's auch weiter. So, wir kommen der Sache immer näher, jetzt erstelle ich den Generator des Plündererlagers. Und das aber. So. Gut, dann müssen wir jetzt da die Brücke aktivieren, dass wir da rüber kommen. So. So.